ja sieht schon geil aus ja kann man auch urlaub machen wir jetzt nicht so ein bisschen so wüster toten versetzt ist so ringsherum ne robot tot ich halte mich gut weil nicht mehr tot gewesen da ist eine spalte die hätte man schon hochklettern können das haus in spalte quasi alter dauert man nicht lang hier eigentlich auch nicht gut dass ich dir den weg gezeigt hat sam ich komme dann gleich nochmal da über die brücke vielleicht das sage ich doch ganz übersehen leute ganz übersehen das war das wohl für ein gebäude mögen erinnern mich an die kathedrale des heiligen dies war konnte ich das sehen keine ahnung den sonnenreflexion doch geil aus die richtigen winkel hin manches die kam abgesucht der kam auch nix hier haben sie das wohl gebaut raus gemeißelt oder nicht die brücke ich wollte auch da hoch war so aus als wenn man da oben hätte klettern können dann da ran rüber als wenn es da noch was gibt aber später hilfst du mir zur brücke na gut habe ich besser zu tun sie dich da oben gut um gemacht und er gibt mir da was hier da drüben bist du okay zumindest bin ich jetzt drüben okay jetzt müssen wir dich hier rauf kriegen warte das kann ich schon mal hoch ich hatte schon die nur erfunden also wie steht es meine Ehe ist kaputt mein bester freund ist weg zwei irre und ihre armee jagen mich und ich kann meinen bruder nicht finden und ich habe einen schatz aber auf der anderen seite ist niemand hier der mich idiot nennen kann elefantenschützer ein wer soll es hier war alle beraten willkommen aber wie ich schon sagte es ist doch es ist doch hier müssen wir lang ich habe einen schatz mehr super schnell ich hab nicht Sarah schnell ich hab nicht hopp hopp wo warst du eine möglichkeit suchen dich hier rauf zu kriegen okay dann spring rüber lustig der hätte der hätte den da runter äh ich hätte nur warten müssen natürlich hat es nicht bekommen und nach einer weile hätte wahrscheinlich das ding raus geschoben runter geschmissen und ich hätte da einfach nur hochklettern können lustig geil gemacht aber ja alles in ordnung ja alles prima gehen wir weiter kommt hier uns aber keiner hinterher sandy machen die dann weg wie ihr naja bitte äh hallo da ist eine hülle oder sowas ähnliches ahja ein grab noch eins alter oder einfach nur kreuze oh übelst fett die stein arbeitet wow hast du gerade schon gesehen wo du dich die kiste geklaut hast alles klar kann mal luggi luggi machen schöne aussicht oh jetzt wird man auch zu loben du hast mich nicht gehört wann vorhin ich hab dich gerufen nichts gehört wieso warst du besorgt ich war besorgt dass du dich ablenken lässt hohohoho jetzt bin ich abgelenkt was soll das denn heißen nichts wollen wir ja los röder wir müssen mal hoch zum müsst schon wollen so da würde ich sagen wir müssen uns abseilen ach doch mal jetzt hier ja jimiii geronimo naja das war jetzt aber knapp wieder die krähen sind schon zerreiflung wie den naschen wir gleich weg sam zwecklos sackgasse ok dann also wieder zurück ach nur zurück nur zurück das darf ich niemals das darf ich niemals hier unten ist ein pfad super ich bin hinter dir super ich bin hinter dir oh Gott Nathan ich hab mir den Kopf gestoßen ouchen hier unten ist ein pfad jetzt gehts auf einmal so plipper alter was du willst der kommt ja wirklich du kommst geh ich jaaaa au ii muss ich da rüber mich sliden ja ist ja gut man komm wir gucken erstmal da hoch kacken wie gehts dir wie gehts dir falscher weg warum mir so klar warum mir so klar dass ich da rüber muss schöner sprung hohohoho ne achse gibt besseres sam hier rein ok wir kommen auch kacken schön feucht hier drinne hop 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 ok wir sind offenbar noch auf dem richtigen Weg noch auf dem richtigen Weg der Eingang ist dort zu aber es gibt ja immer diese oh alter was ist das rot da wie ich dagegen gematscht und dann runter geschmiert wie konnte das hier nicht mehr ich weiß es nicht aber jetzt ist es geil los das ist der andere strand wo der tote war ja noch was zum klettern kurioserweise kletterbärchen kletterbärchen tue wieder mal heute kann ich nix für wurde so programmiert ich muss es so spielen ihr müsst es so angucken ja müß dann seht ihr ja nicht wie es weiter geht oh wie betacht hat chain chain sieht es ja aus ach gucke doch gehen wir mal rein immer wieder hoch hüpfen denn sein Schatz hier die Peniskappe ne osmanischer Helm Entschuldigung war so klein aus ich dachte das passt auch in die Hose aber das bräuchte die Hose dann doch ein bisschen zu sehr aus wollen wir ja nicht übertreiben Leute manche würde das bestimmt gern jetzt tun aber nein nochmal realistisch da platzt nur die Hose weisen aus hast du da geahnt dass wir je so was ihres machen würden nein nicht wirklich woher soll man das auch nein ich bin hinter dir hat geklappt achso ich hätte gar nicht hier hoch springen müssen ich wusste nicht ich glaube nach rechts das wäre jetzt nicht so gut ausgegangen oder oh der ach gucke doch mal wie wir da haben hier noch batsch 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 warum gibt es immer wieder einen Weg nach hier hinten warum kann ich hier klettern es ist das was ich vorhin gesagt habe da kann man noch klettern komm komm das gucken wir uns an dann kann ich umsonst klettern es gibt immer irgendwas wo man klettern kann zweifelsfall bin ich wieder auf dem richtigen Weg da drüben ist was aber wie komme ich da hin wie nur hm hm wieso könnte man hier hoch klettern warum steht der da unten nur so rum Fragen über Fragen ja ja ey im schlimmsten Fall müsste man wahrscheinlich hinspringen da ist so ein Seil-Ding alter sollen wir das wirklich mal testen komm das machen wir mal Leute ich kann mal jetzt zurück Anlauf nehmen und los geht's tot es war eine Sekunde lang das Ding da geile scheiße das war wirklich da ja ich hab mich also nicht geguckt und geirrt oder sonst ich hab da schon von drei Meilen geschnuppert dass man da klettern kann dass es damals gibt wie auch hier der Entel dass wir auch irgendwie andersrum dann ran müssen komm das tun wir uns jetzt an ey jetzt wir das wissen sonst gestorben hier ja ab in den Bund wegen dem Schatz bei uns ein Ei wir haben N seltene Reliquie gefunden eine seltene Reliquie Leute die mir was bringt nix echt jetzt ich wusste ich muss das Ding nochmal drücken das war zu weit der Spruch ja ich bin schon da komm weiter gehts Lunge Junge weiter 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 was ist da Schwerarbeiter ok Matsch ein Seil ein Seil wohin oder runter oder runter Sam komm hier herum heilige Scheiße Aua jawohl kommst du klar kommst du klar Kinderspiel Mensch auch alles zu das ist ja der Hammer frag mich auch wie die das gebaut haben ey das ist ja der Hammer das ist ja der Hammer ich weiß es nicht ja ja wir wollten ja jetzt hier gerade was erkunden ne hm wie hm na ähm na 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 also ist das kaputt oder so oh nein 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 so oder so wir kommen da rein nehmen wir es gemeinsam ok na gut Mutti ach ach das geht's oh wir haben da nicht ein Pass hin oder irgendwas das ist ein wunderschön im Moment denke ich eher an meinen Rücken oh holz mit das springen die da wieder weg ich mach vorher noch wieder alles kaputt das war so klar wow wo offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor hm uns oder mir lass vorher mal gucken interessant nett was mit Sonnenlicht vielleicht aber was die damals so gebastelt haben die müssen eine echt lange Weile gehabt haben ganze Mechanik und alles wollt ihr mich verarschen Piraten patsch 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 hier das ist doch Keramik alter oder ich frau mich wie die das immer noch herbekommen haben oh jawoll wie ein Captain wir sehen was passiert doch jetzt geht Licht an da hinten läuft ein Wasserrad das treibt das anscheinend alles an nicht oder auf den kugeln passen nicht zu denen im licht sie drehen die symbol das hilft Was passt doch jetzt? Alter, wieviel jahre runter wird das vielleicht? Oh, dann können wir noch etagenweise das machen? Okay. 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 Ah, sag ich doch. Was ist das? Oh, schau. Statue. Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Aldrich, Albasra und der, den ich mir nicht merken kann. Okay. 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 Das passt, das nicht. Ach rechts. Na ja, es ist einfach raus, jetzt so Leute. Dreh sie ins Licht. Ich hab's. Und auf ein neues. Hier ist es. Moment. Joseph Ferrell, William Mace, Tarik Bin Malik und Christopher Condit. Acht von zwölf. Hey, schau. Wir sind wohl auch gebring, drehen sich ständig. Dieser Bin Malik sieht doch auch in draußen. Na ja. Was macht ihr so weit weg von der Barbaristenpiste? Das passt schon mal. Der passt nicht. Okay. Wir müssen schauen, ob sie daneben liegen, wenn sie im Licht stehen. Mal gucken. Genau verkehrt. Also genau andersrum. Du hast es. Sagt er jetzt schon, der Petzer durch. Und der Rest unserer Crew. Richard Wund, Edward England und Thomas too. Sam, schau. Da geht's lang. Hey, Edward. Moment mal. Das sind nur elf Piraten. Unser Star Pirat fehlt. Mhm. Schon seltsam. Aber was soll Markus machen? Sollen wir uns ihn mal angucken? Tschönen. Ja, ne Dame darf nicht fehlen, ja. Was die da sowas wirklich gemacht hätten. Wie viel Leben die hier offen gewissen haben müssen. Als Pirat tut man ja nicht nur einfach überfallen, ne. Warten. Das ist ja jemand. 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 Hier haben wir einen Damenhebel. Ich weiß eh. Was soll das machen? Na? Na? Ey, willst du mich verarschen, Junge? Hallo? Von vorne. Na klar. Okay, wohin jetzt? Was soll das hatten damals? Das sah mal. Hier ist deine fehlende Avery Statue. Huh. Weißt du. Wo? Wo? Ich glaub langsam unser Freund war, ein kleineren Hatzist. Ach echt? mal sehen was er für uns auf lager hat das geht dann schön tief runter deswegen gehen wir hoch ist das am ende noch mal besser so lieber am ende noch mal zu fragen da ist noch von rüber gerannt jetzt kommt der sturm oder was willst du mich verarschen willst du mich verarschen nein jetzt kommt das beginn natürlich auch noch mal ja da war mal wieder kaputt der zuge eingang so ich wollte dich grad schubsen okay die insel mit averys riesenstatue liegt rechts ach ist das so ich bin so aufgeregt mir zittert unstäblich die hände ja das gefühl entweder das oder braucht der zigarette vielleicht etwas verfeilung das ist jetzt schnee oder muss er sein in der hand hat er ein fernrohr aber er schaut nicht wirklich durch vielleicht will er dass wir durchschauen nimm das das schatz insel gut haben wir es auf der anderen seite gemacht weg da ich bin der erste ich 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 Ich? Und? Große, totenkopfförmige Insel, na? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Lieber Talia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcacars Schlinge raushaben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay? Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay. Weiß ich. Wir haben den Weg gezeigt. Ist das unser Freund Rave? Wer sonst? Das Handlas kaputt, Leute. Scheiße. Scheiße. Guck noch mal! Nathan Drake, dieser zweitklassige Dieb. Der Kopf und Kragen für einen Schatz riskiert. So kennt man mich wohl. So wird man sich an mich erinnern. Aber so bin ich nicht. Uncharted 4 For the Players Energy